Auf jede Menge Bots, genau. Diese Farbspiel von blau, orange und so und rot ist total cool. Ah, da ist noch ein Schalter. Hi Dragonfly, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Eeeh. Alter Verwalter. Ich werde schon mal mich so langsam zurückbewegen, oder? Oder gibt es hier noch was zu gucken? Hier dreht sich ja nur die Antenne. Ah ja, stimmt. Gestern waren die Aliens ja im Nest. Stimmt ja. Da waren wir ja gestern. So, und nun? Wahrscheinlich zurückgehen, ne? Vermute ich mal. Oder? Karte? Ja, wir müssen zurück. Okay. Das kann noch nie im Leben gut gehen. Ich seh's doch schon. Wir werden noch niemals wieder die Tür erreichen, um zurückzukommen. Das... Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das... 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 Äh... 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 Ich glaube, wir müssen hier wieder hin, ne? Genau. Nee. Hier müssen wir hin. Äh... Was? Koordinaten? Vielen Dank. Vielen Dank. Warum musst du alles verraten, Aiden? Nicht spoilern, ja? Das ist nicht schön. Ich will es alleine rausfinden. Aber trotzdem danke für die Hilfe. So. Das hätten wir. Wow. Ich bin erleuchtet. Alter, wie krass das aussieht. Äh. Ich will nicht eine Schlepperplattform sehen, aber die Torrens ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemme der Abschleppplattform von Ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Ermöglichen Sie sich, äh, der Torrens das Andocken. Ermöglichen Sie der Torrens das Andocken. Okay, dann werden wir das mal tun. Ich glaube, wir müssen zurück, ne? Ja, genau. So, Weltraumspaziergang. Danke für die Werbung. Wie gesagt, mein YouTube-Channel Reflex.gr. Und Let's Play-Live-Show Freitag, Samstags immer um 20 Uhr einschalten. Ja, unglaublich. Wir haben schon wieder einen Weltraumspaziergang gemacht. Und es sieht so... Ich glaube, wir erreichen die Tür nicht mehr. Meine ich das nur, oder...? Das geht doch nie im Leben gut. Das wird doch nie im Leben gut gehen. Habe ich gerade das Alien gehört? Hehehehe. Oh, das ist doch... Wäre das cool, wenn der Gang jetzt immer länger werden würde. Never-Ending-Bridge. Okay, also... Ähm... Da habe ich jetzt... Also... Also, da hätte ich jetzt gerechnet... Also, da hätte ich jetzt mit dir irgendwie gerechnet, dass da, ähm... Die Brücke vielleicht kaputt geht und wir da irgendwie ins Weltraum geschleudert... In den Weltraum geschleudert werden. Aber dem war nicht so. So, ich werde mich ausziehen. Augen zumachen bitte jetzt alle, ja? Ich muss mich mal eben umziehen. Kleinen Moment. So. Da bin ich wieder. Und, äh... Dann will ich aber direkt mal erst mal speichern. Ja, mit meinem Controller. So. Ja, möchte ich. Mein nächster Bug mit dem Gang. Puh. Die pennt ja ein beim Laufen. Ja, ich glaube, im Weltall läuft man, glaube ich, so. Und wir haben kein Medikit. Wir können auch keinen herstellen. Das ist voll dämlich. Wir können kein Medikit herstellen. Höh! Was? Was? Hier war doch gerade einer am Laufen, oder? Oder habe ich mich da jetzt verguckt? Da war einmal das Alien und die Typen, glaube ich. Okay. Na klar. Natürlich müssen wir links lang. Wohin auch sonst? Und ich... Hallo? Hallo? Hi, Bastard. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du auch wieder da bist. Ich traue mich gar nicht, da lang zu laufen. Bin ich ganz ehrlich. Ich höre es zwar, aber ich sehe es nicht. Und ich klemme auch gerade. Scheiße, ich klemme mir. Scheiße, ich klemme. Okay, jetzt nicht mehr. Wieso kriege ich es nicht angezeigt? Ah, jetzt. Scheiße, ich klemme schon wieder an dieser Scheiß-Drecks-Kiste. Verdammt, ich... Das gibt's doch nicht. Ey, ich klemme hier an die... Hallo? Hallo? Ich komme nicht raus. Ah, jetzt. Scheiße, jetzt hat mich das Alien auch wahrscheinlich gehört, ne? 100 Pro. Oh, da läuft's. Da läuft's. Da läuft's. Da läuft's. Da hinten läuft's. Fuck, 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 fuck. Wo müssen wir denn hin? Ah, wir müssen da rechts lang. Okay. Also quasi wieder zurück. Könnte ich ja eigentlich auch durch den Schacht gehen wieder. Oh, 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 wenn ich den Schacht überhaupt erreiche. Der ist ja hier unten rechts, ne? Lalalalalala, lalalala. Lalalalalala. Lalalala. Mach offen. Geh da rein. Hi, Killer Lady. Ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass ihr alle da seid. Puh, hu, 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 hu. Huuu. Scheiße. Ich glaube, jetzt ist es weiter weg, oder? Glaube ich zumindest. Ich probier's mal. Ich seh's nicht. Das ist das Problem. Schmeiß mal erstmal da hinten so ein Geräuschmacher hin. Weil da muss es ja da hinrennen, da hinten. Nein, 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 nein. Geh weg, 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 geh weg. Ich hab doch den Geräuschmacher da hinten hingeschmissen. Wieso? Oh, ist das affig. Flexi, gehst du Outlast fremd? Ja, nein. Hi Mr. Beastmaker, ich grüße dich erstmal. Natürlich geh ich Outlast nicht fremd. Hast du Evil Fiend auch schon durch? Und gekauft? Ich hab's gekauft, ja. Ich hab's aber noch nicht durch. Ich mach ein Let's Play davon auf meinen YouTube-Channel. Schau einfach mal vorbei. Also wie gesagt, äh, äh, bei meinem YouTube-Channel da Let's Play. Ich hab momentan The Evil Within, Minecraft und, ähm, ja, Spelunky, Alien Isolation. Die Highlight-Folgen hier vorm Stream werden da hochgeladen. Guter Gesichtsausdruck. Jetzt ist es weg, ne? Jetzt probieren wir's mal. Bitte, 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 bitte. Boah, diese Atmosphäre. Alter, das hatte ich letztes Mal bei Outlast. Mit diesem Dro... Oh, geh weg. Oh, geh weg. Nee, ihr Sp... Doch, Moment. Doch, 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 bitte, 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 nein. Fick dich, 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 ja, 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 hier, 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 so ne Latte. Alter! Boah! Fick dich, du scheiß Elien! Puh! Äh. Hehehe. Nein, immer noch nicht durch. Ich bin kein Pro-Gamer, wie alle. Ja, ich genieße Spiele halt. Ich genieße Spiele und... Äh. Wie gesperrt! Was? Was? Glückspilz. Hehehe. Habe ich noch ne... Ja, habe ich noch, Gott sei Dank. Äh. Gott sei Dank, Mann. Gibt's ne Pumpgun? Flexi macht's immer so Spaß. Das ist geil. Ah. Okay, ich muss durch diese Tür. Riccardo? Nein. Riccardo? Nein! Er hat ein Facehugger auf dem Gesicht. Nein! Fuck. Scheiße. Riccardo ist tot. Boah! 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 Boah, da war das fucking Elien! Alter! Warum kommt denn jetzt so ne Musik? Dün, dün. Äh. Äh. Ähm. Mir verschlägt's grad'n bisschen die Stimme, ihr merkt's. Ich seh' das Elien nicht, aber ich höre es. Und wieso kommt denn jetzt diese Musik? Hehehe. Ich würde gerne hier um die Ecke, weil hier rechts, rechts, ist ein Speicherpunkt. Ich würde so gerne jetzt... Okay, anscheinend ist es irgendwo im Schacht. Dann speichern wir auf die Schnelle mal eben. Komm, mach, 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 mach. Boah, diese Horrormusik, ey. Diese, diese Dramaturgiemusik, ey. Das ist unglaublich, grade. Hehehe. Hehehe. Ich will nur weg hier. Hehehe. Oh, es ist oben. Es ist oben gewesen. Oben am Treppenhaus. Es war oben. Die Musik verheißt nichts Gutes, auf jeden Fall. Das Elien war grad oben im Treppenhaus. Ich hab's gesehen. Da war's. Nein, 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 gewick, 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 gewick. Hä, geh, gewick, 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 gewick. Das Ding hat dich lieb, ja, ich glaub aber auch. Ich glaub, es ist weg. Ich glaub, es ist weg. Zumindest vorerst. Ah, hier waren die Soldaten, ne, sind die jetzt. Sind die Soldaten jetzt tot hier, oder was? Fuck, 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 fuck Wow, nein, die leben ja immer noch, die Assis Wow Fuck, 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 fuck Nein, nein Diese scheiß Assis Aber das Alien ist jetzt da, das könnte ich jetzt eigentlich nutzen Dass die, oh Gott Dass die scheiß Soldaten dadurch sterben Dass ich das Alien anlocke und dann, oh fuck Danke, ist gekauft Ja, es gibt hier eine Menge Trophäen, definitiv So, also, wissen wir, dass da die Dings kommen Und wir haben kein Wir haben kein Medipack Wir haben nur Revolver Ich höre das Alien, ich höre es Es kommt Es kommt So, wir wissen, dass hier dieses Scheiß Aber Moment Wir können ja eigentlich jetzt hier die Schächte benutzen Wir haben ja den Ionschneider, ne Probieren wir mal aus Los geht's Komm, komm, mach fertig Komm Los, 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 los Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich Go, 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 go Oh Ja, mach erstmal aus, genau Komm Hat doch niemand gehört Auf keinen Fall Wo kommen wir denn jetzt hin Boah, diese Musik Ich würde gerne was basteln Ich würde gerne Medikit basteln Aber können Scheiße Jetzt haben wir vorhin unseren Geräuschmacher auch so verblasen Ja So eine Kacke aber auch Wo sind wir denn Ach, jetzt sind wir hier, ne Scheiße Fuck Fuck, 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 fuck Geh sterben, geh sterben, geh sterben Sonst kriegst du mit Flexi zu Nein Nein Okay Ich dachte, ich könnte jetzt den Bug nutzen Aber das hat sich so eben erledigt Scheiße, fuck Mann, kacke, ey Verdammte Axt Aber die Idee mit dem Schacht war gar nicht mal so schlecht Aber das scheiß Alien ist ja auch noch unterwegs Und wenn wir da einen erledigen von Dann kommt das Alien sofort Das ist Der kommt ja auch noch dazu Der Haken Scheiße Fuck Und so viel Lebensenergie haben wir ja auch nicht mehr Das heißt, wir müssen da so schnell wie möglich durchkommen Kannst ruhig sterben Man hat nichts dagegen Flex, ja, ich weiß Säckchen wieder 104 Zuschauer, ey Seid ihr wahnsinnig Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid Hey And welcome to the let's play live show Nein, das Alien ist da Fuck, das Alien ist da Das hat uns jetzt, hundertprozentig Kletter da rein Kletter da rein Kletter da rein Und wir können sogar ein Geräuschmacher erstellen Wie geil ist das denn Gucke mit 100 Accounts zu Ja, ich weiß Ach, Flammenwerfer haben wir ja auch, ne Stimmt ja Ich werde das Alien mal da hinten hinlocken Und dann mal schauen Ob ich vielleicht irgendwie Das konnte ich jetzt gut nutzen Das konnte ich jetzt super nutzen für mich Ja Scheiße, hier ist nur die Come on Hier geht's doch, glaub ich, gar nicht weiter, oder? Oder doch Komm ich hier auch lang? Auf einer bestimmten Entfernung Wird das Alien den Tracker? Ja, das weiß ich Das weiß ich wohl Oh, da war's Es steht direkt links neben uns Es steht direkt links neben uns Leute, das Spiel ist kacke Alien-Colonial-Marines war viel geiler Ja, natürlich Natürlich Fuck, 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 fuck Lauf, 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 wo müssen wir hin? Oh nein Scheiße Scheiße Mach schön die Arbeit für uns, Alien Mach schön die Arbeit für uns, Alien Mach schön die Arbeit für uns, Alien Wo müssen wir hin? Besser als Evil Within Das kann ich gar nicht so beurteilen Das weiß ich gar nicht Ob's besser Nein, das Alien lauft genau dahin, wo wir hin müssen Ey, fuck Scheiße Boah, geh raus hier Du scheiß Fuck Boah, geh doch raus Geh doch einfach raus Geh einfach da den Soldaten erledigen Der da ist Scheiß Security-Mann da Guck mal hier Da, bam So, geh sterben Wow, 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 wow Boah, bitte, 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 bitte Oh, bitte, 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 bitte Nur ein Speicherpunkt wäre geil, nur ein Speicherpunkt wäre geil Ein Speicherpunkt wäre echt supi Nein, 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 nein Nein, ich hab kein Fuck, Mann Na gut, haben wir das Alien auch mal in voller Pracht gesehen Naja Okay Ich war so gut dabei eigentlich, ne Also die Aktion mit dem Schacht war gar nicht mal so verkehrt Dann rüber zu gehen, das Alien die Arbeit zu machen, war auch eine gute Idee Dazu müsste ich aber Die Für den Geräuschmacher und das Medikit, weil sonst kann ich's vergessen Scheiße, fuck Fuck, da müssen wir jetzt erstmal gucken, schauen wir erst Oh, komm, 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 mach fertig, mach fertig Das Alien ist gerannt wie ne Katze, die Wasser abbekommt Auf jeden Fall Die Gegner sind momentan da, wo ich hin muss, ja Nein, fuck, diesmal können wir nichts herstellen Scheiße, kein Geräuschmacher Fuck Scheiße Fuck Nach dir, Lieben Bis später Ja, mach's gut Schlaf gut Schlaf gut Vielen Dank.